Moderne und stilvolle Villen erwarten den Urlauber in den Villas Las Buján Villas. Die etwas abseits oberhalb von Playa Blanca gelegenen Villen liegen völlig ruhig in einer neu erbauten Siedlung gleichartiger Häuser. Neben den Häusern befindet sich jeweils ein kostenloser Pkw-Stellplatz bzw. eine Garage. Die gehobene Ausstattung der Villen lässt kaum Wünsche für einen erholsamen Urlaub offen. Neben zwei klimatisierten Schlafräumen, Badezimmern und einer voll ausgestatteten Küche inklusive Geschirrspüler und Waschmaschine stehen im geschmackvollen, ebenfalls klimatisierten Wohnbereich Satelliten-TV, DVD und CD-Player bereit. Im Außenbereich befinden sich eine zum Teil überdachte und möblierte Terrasse, die zum Frühstück einlädt und ein Grillplatz. Ein beheizbarer Süßwasserpool mit kostenlosen Liegen sowie ein Tennisplatz stehen dem Gast ebenso zur Verfügung. Das Touristikzentrum ist nach einem ausgiebigen Spaziergang oder mit dem Taxi erreichbar, wie auch die weißen Strände von Playa Blanca, die etwa zwei Kilometer entfernt sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017